Herzlich Willkommen Leute zurück zu Trouble in Terrorist Town Heroes mit Baloui, Gippie, Granz, einem Juli, Kundran, Maru, Maxi, Nils und Payne. Hallo Baloui. Scheiße, jetzt habe ich mich am Anfang verhaspelt, die Antwort war nicht clean. Hey, ich bin immer da, Juli. Was soll denn das schon wieder? Immer? Ja, immer. Ja, immer. Ja, ich weiß das aber. Die läuft jetzt leider zu, ich kann nicht in den Himmel folgen. Jetzt geht es mich wahrscheinlich Baloui dafür. Ja Juli, warte, wo bist du denn Juli nochmal her? Es reden zu viele, kann einer Baloui töten. Wer hat Early Boy Spray-Logo? Mach ich, kein Problem. Ist das nicht Early Boy Spray-Logo gewesen? Nein, das ist doch von euch. Nein, das ist so ein Dodo. Das ist aus... Wer macht das? Aber das hat doch Early immer gesprayt. Wer hat mein... Wer hat mein Spray als Early Boy Logo bezeichnet? Ich? Der Baloui war das. Baloui. Wo ist Baloui? Wo bist du? Komm ran auf den Meter! Ne, ne, ne. Ob Baloui ist Hunter? Das hätt ich gern auf der Map. Ne, ne, ne. Ja, auf der Map ist Hunter oder so. Echt, ne. Ja, das schon. Toll, verdrücken. Bi, 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 bi. Du musst vor den... Du kannst... Du musst nach dem gedrücken des Knopfes einmal springen. Dann geht das. Win das 7! Krass! Was hat der Win das 7? Ey! Alter! Du wärst eh nicht gestorben, du bist Hunter. Ja, richtig. Haha! Sorry, sorry, ich hab ein Spiel getappt. Das tut mir leid. Ich hab dich ein Spiel getappt. Hey, Kumrans, tappt rein und killt rein. Du hättest zu mir gesagt, ich bin gemuted. War der Blink eigentlich die ganze Zeit? Ne, du bist nur sehr leiser. Ja. Ja. Okay, ich glaube euch. Ist er wirklich. Wie kann man seine Fähigkeiten benutzen? Ich hab's grad gemerkt. Wir hätt'n aber auch gar gesagt, wenn's nicht so wäre, also. Was bist denn du, Grants? Dann kann ich dir helfen. Maxi solltest du... Weil manchen musst du nämlich x gedrückt halten. Wenn du nicht so willst, ist es was zu heilen kaum. Äh, ja, dann musst du x und x und x klicken. Du warst fast tot. Ja, gut. Ein kleines Malheur in der dunklen Ecke. Ups. Gab's nen Malheur in der Ecke? Ja, ich weiß schon. Nein, nicht in der Ecke. Ich weiß schon. Jolie nicht aus dem Fenster. Da kommt man kriegt die Vogel vorbeigeflogen. Da kommt er gerade. Oh, ähm. Was ist das? Oh, das ist bestimmt. Oh, hier kommt's noch weiter runter. Haha. War gefährlich. Warum ist hier irgendwie blöd? Hätte ich fast runtergeschubst, Maxi. Äh, war konnte ich ein kleines Malheur. Hier oben war das, okay? Ja, ja, genau da oben. Äh, Maxi? Hallo. Aber hier geht's nicht mal weiter? Ne, es geht nur hier lang und hier, ich glaube, ich krieg mein Aua. Ne, ach ja. Hä? Hörer, du wirst du geduckt, bist du runterfallen. Ach, wie bist du denn hier rübergekommen? Ich war von da oben. Also ich bin nur oben. Das ist etwas weniger falsch. Das klappt aber nicht immer. Versteh ich nicht. Dann schalte ich mal schon geduckt über die Ecke gehen. Das ist jetzt nicht alle falsch, aber du kannst immer auch schaden. Aber da hat man zum Beispiel schaden. Müssen wir davon ausgehen, dass schon der Tod ist? Ja, ne? Genau, ich bin Monopole. Ihr 3, 3, 5, 6, mit ihr 7 Leute. Kann man nicht lesen. Autsch. Aua. Da ist der Achte. Da ist der Achte. Ja, in den Swift und ich bin grad an der Ecke. Liegen hier Kötteln? Nee, Granaten. Hier ist die Super-Tags. Hier ist die Super-Tags. Hallo Jules. Hi. Was ist da los? Ja. Das ist ein Traitor. Ja. Ich hab noch ein bisschen gesucht. Ja. Ich hab noch ein bisschen gesucht. Bist du tot? Ich kann die Geschwindigkeit davon kontrollieren. Ich weiß. Von dem Ding, das hier so hin und her fliegt. Das ist Santas Schlitten. Ja, aber ich kann die Geschwindigkeit... Von dem Ding, was da hin und her fliegt. Der Ubi ist auch Santas Schlitten. Jetzt mach den mal schnell und so nicht mal. Der ist jetzt schnell. Der hat sich nichts geändert hat. Doch, ich hab den gerade schnell gemacht. Guck mal langsam. Du hast dir die Richtung gewechselt. Ja, ist langsamer als die andere Richtung. Au. Hier, volle Pulle. Ich guck mal mit einem Rollstuhl. Ich guck mal mit einem Rollstuhl. Ich guck mal mit einem Rollstuhl. Oh, Banane von oben. Da ist ne Gute-Nacht-Geschichte für dich da. Banane vom Regal. Banane vom Regal. Im Regal ist ne Gute-Nacht-Geschichte. Ja, zweite. Gute-Nacht-Geschichte. Gute-Nacht-Geschichte. Hast du mich vermisst? Ich will auch mit. Eines fackst wieder seine Banane aus. Eines fackst mich vor die Banane geworfen. Ja, ich wollte das entschärfen. Eines bist du Fully Moon? Bitte? Bist du Fully Moon? Da sind doch zwei. Oben bist du, Juli, zufälligerweise. Ich weiß nicht, ob ich rausfüge. Ja, noch jemand anderes. Ich hab' ihn gestoppt! Geh' runter! Ja, der Fläser hat ein Katzenbild, der Mörder. Jawoll, Baloui ist es. Ist das? Baloui, du kannst den Detektiv nicht mit der Thomas-Gun anschießen. Das könnte Juli sein. Er hat einen Hit bekommen. Er hat einen krassen Hit bekommen. Das ist endlich noch nichts gesagt. Der Dete stoppt Thomas. Oder gerade deswegen? Ja, Nils, ich komm da auch nicht richtig durch. Ahu! 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 Ja, so wie ein Mathe. Hier ist ein Brain Parasite. Wurde schon abgefeuert. Das ist böse. Aber warte mal, da müsste doch einer tot sein noch mehr, ne? Naja, aber du denk dran, Baloui hat geschossen. Er wird verlehlt. Naja, okay. Der wird nicht getroffen haben. Der Raum hätte uns anschießen können, so wie Baloui. Ich glaube, dass der Dete den Zug jetzt stoppt, ist cool. Magst du? Ja. Ich hab's aber auch vergessen. Ich wollte rausspringen aus dem Spiel. Ja, ich wollte auch rausspringen. Also, ich hätt's nicht geschafft, dass der Dete gestoppt. Was ist das hier eigentlich? Warum wird denn hier... Ah ja, Nils, was denn? Maru, was warst du da? Maru? Wo kommt ihr denn? Maru ist damals besser dabei. Das Fass war vorhin gar nicht da. Nee, jetzt haben wir dabei. Ah! Steig doch ab hier! Hallo! Hallo hier raus! Wieso ist dir so viel Blut? Das weiß ich nicht. Das ist immer noch da, wo ich und Kunran uns angekommen haben. So, hier war das. Ist denn nur ein Trailer tot? Ja, ich frage mich, warum der das gemacht hat. Ja, gute Frage. Vor allem laufen zwei Leute rum, die fast tot sind, aber es passiert nichts. Wer denn? Ich bin auch schon verwundert, wie lange Maxi und ich schon überlegt. Das wundert mich am meisten, ja, wenn ich ehrlich bin. Wer denn, Jules? Du bist fast tot, Kunran ist fast tot. Nee, ich bin voll. Ja, aber du hast nicht viel AP. Ich, nicht du. Ich, nicht du. Hehehehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Wesowski. Das ist nicht, das ist nicht. Der rollt nicht richtig, ja. Maru, können wir jetzt endlich mal loslegen, oder? Maru, warum benutzt du dafür Fässer um da hochzugehen? Ja, ich hab auch schon nen Ball geschlossen, ich dachte schon mal komm wir mal auf das. Nils ist einer. Nils ist einer. Oh, da ist gerade an die Sparung drüben. Maru, ist das deine Leiche? Maru, du kannst ja auch einfach hochklettern. Könnten Sie das identifizieren? Was soll das, Julie? Also ich gebe dir kurz einen Header. Maru, hast du gesehen? Ich habe dir nicht getraut. Ich wusste doch, dass es Julie ist. Ist es echt so, dass du mit dem Zug keinen dich nicht mehr umbringen kannst? Das ist eine blöde Regel. Das wäre so gut gewesen. Ohne Witz, Alter. Na ja, eine Regel ist das ja nicht, das ist einfach ein Flieger. Es hätte funktionieren, hätte Dalu sein Escape geschafft, dann hätte ich wollte runterspringen, weil ich es vergessen habe. Aber es wäre gut gewesen. Witzig weiß ich nicht. Gut wäre es. Ich bin jetzt auch da. Oh nein, der macht den Chaos. Scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich hier runterkomme. Nein, ich habe es nur markiert. Ich wollte das. Lado, ich kann dir helfen. Nein, ich bin schon unten. Ich bleibe nur am Boden. Kein ist zurück, als wie ein Jodler. Wie ein Jodler? Wie ein Jodler? Hat Julie gesagt. Jodler? Ja, Jodler. Ich habe dir geholfen, Julie. Ich nehme mir hier nicht die Speed Soda. Da drüben war der böse Sniper und ich habe dich hier geschockt, damit du schneller hinterm Lämpfer bist. Gibt es jetzt einen Bösen? Keine Ahnung, hat noch nicht geschockt. Aber wie kann er dann der böse Sniper sein? Ja, gell. Ist die Katze, passt die zu dem Bild da unten, Pay? Juhu. Was? Na warte, ich will den Mega-Jock des Jahrhunderts machen. Items? Ja. Ich bin nicht zu schnell. Ich brauche noch eine gelbe Dose, damit es hier richtig losgeht. Warte mal, ich habe meinen Kristall schon fest. Habe ich schon, Items. Du probierst wahrscheinlich dieses automatisch platzieren anhanden. Aber ich bin auch eine. Juli. Ja? Du sollst da nicht gestehen bleiben. Nee, nee. Aua. Holy shit. Wow, 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 was ist hier los? Was ist hier los? Es ist hier los. Es fliegt alles und jede nach unten. Was ist denn? Äh, da oben waren mehr exklusive Fässer, als ich gedacht habe. Aber die eine hat das andere mal ausgelöst. Katze. Hui. Nein, das ist es nicht. Und zwar. Hier kommt man wirklich, also hier kannst du nichts machen in dem Raum. Du kommst nicht hoch. Ne. Weil ich habe so eine Etage kommt hier. Ja, dann kommst du ein. So. Bist du hier reingeflogen? Nee, du. Ja. Das ist stark gewesen, Mario. Ja. Hättest du das Fenster getroffen? Nein. Ich weiße, wie geht's denn nach oben? Ich gucke mal auf. Ich gucke mal auf. Nein. Man kann es nicht mehr. Man kann es nicht mehr töten. Never ever. Weil ich komme so viel hier. Hier weiß ich nicht mehr. Ich gebe jetzt das Passwort. Ey. Mit Fähigkeiten. Items. Nicht mit deinen Fingern an die Tastatur. Gibi, was ist denn dein Passwort? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nee, Valui stinkt. Nur schwarze Fleck. Haha. Items. Das war eher. Das war eher. Das war eher. Float ist auch stark. Der muss aufpassen, wenn du Hunter bist, wenn du die Treppe runterfällt, kurz nicht wieder hoch. Ich hab dich beim dritten Mal erst geschubst. Ey, Valui, du Sack. War doch Platz. Gipi, Platz. Was? Oh Gott. Oh, Moment. Das war Gipi. Das war Gipi. Gipi hat die gedroppt. Nein, das könnte Gipi. Nein, das könnte Gipi gedroppt. Gipi war... Gipi war... Wieso soll ich das gewesen sein? Weil du dich so beeilt hast, mitzukommen. Guck mal, ich hab ne Schaufel und die wird's benutzen, mein Freund. Okay, ich hab ne Disco gedroppt. Oh, scheiße, Jungs. Leute, wir werden schnell. Wir waren auf Chaos. Also Chaos. Ja, Chaos. Musst du das? Guck mal, ich bin hier der Totengräber. Wenn du nicht ehrlich bist, ne? Schmeiß dich von vorne ab. Du hast mal nicht geschossen. Ich schwöre dir. Ich schwöre dir. Ich schwöre dir. Gipi ist es. Ich glaube, Alter. Hallo, es ist, weil er so auffällig versucht, uns heimlich zu töten. Nein, das ist es nicht. Nur durch Ausversehen in einer Disco zum Beispiel. Warum bin ich es? Weil ich hab gerade eine ausgeschlossen. Hä, die zwei waren auch noch hier. Nein, das ist Gipi. Hallo, hier bist du Float? Ja. Ja. Blocked user John your child. Ja. Balloui ist tot. Ich bin zu schnell. Balloui ist runtergefallen. Ich bin zu schnell. Balloui ist runtergefallen. Ja, ich hab gefragt, ob er float ist. Er hat ja gesagt. Aber ich glaub, Balloui schafft es auch. Alter, wer hat er den? Der hat auf uns geschossen. Gipi ist es. Gipi ist es. Gipi ist es. Hallo. Hallo. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Aber dann glaube ich langsam. Weil items hat er geschossen. Nee, ich hab nicht. Ich hab auf Gipi geschossen. items hat mich vorhin nicht erschossen. Der hat halt in meinen Augen auf. Also der Sound war halt für mich. Ich hab schon zwei Mindhurtels reviews. Es ist Maru. Ich mach einfach keinen. Der kommt bestimmt wieder, oder? Warte, er kann explodieren oder so. Ganz schön für die Tode. Oh. Die Maul kommt wieder. Jules. Und items. Doch. Wo ist Maru. 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 Auf. Auf. Was warst du denn da? Maxi, was hast du auf? Grants geschossen? Grants hat geschossen auf irgendwas und deswegen habe ich zurückgeschossen. Auf die Dings, die mich verfolgt hat. Ach so. Du hast halt so wahllos rumgeballert irgendwie. Ich hab nur gesehen, von hier oben wurde auf Grants geschossen. Ja, ja, deswegen habe ich auf ihn geschossen, weil er irgendwo irgendwas geschossen hat. Ich dachte, er schießt auf dich und trifft mich. Lebt Dalu jetzt noch oder nicht mehr? Das könnte durchaus sein, dass er noch lebt. Keiner weiß genaues. Irgendwas gekauft. Ja. Da unten ist die Dubstep Gun, Maxi. Da, wo Grants eben rausgelaufen ist, kam die her. Ich sehe nichts. Aber ich sehe nichts. Oh. Oh. Ja, sorry, der Haltunterkliff war doof. Hä, ich hatte eigentlich gekauft, dass ich kein Fallschaden bekriege. So, da unten hast du das Passwort? Ja, ja, ich connect grad. Irgendeiner hat Balouis Kristall gefressen, oder? Das war so gemein, so unerwartet. Baloui bist du float? Ja, ich schubs ihn. Ich hab ja nicht hinterher geguckt. Das ist nur so ein Glatt. Das war nicht glatt, ich hab einen Kristall genommen, der sicher war. Hm. Es war ulkig, es war ulkig. Leute, da ist das Fenster. Das ist korrekt, schick das Fenster. Heißt das, wir stinken und wir sollen lüften, oder? Ja. Ah, ich hab zwei Bösen. Das heißt, du hast das Fensterspringen. Wie komm ich da hoch, also durch den Turm? Benz, was versuchst du hier? Willst du das aufsammeln? Ich muss bei Tote bei einem sicheren Ort packen. Aufsammeln? Musst du eh drücken. Du kannst es rausschlagen, da geht der Schaden. Wo soll ich kommen? Komm, jetzt mach mal kaputt. Kapuze kaputt machen. Kriegt halt Schadensanzeige. Ja, weil man den damals kaputt machen konnte. Kleiner Spaß, Kapuze. Ach, man kann die gar nicht zuschicken. Nee, damals ging das. Das ist eigentlich egal, wo ich es hinlege. Ja, ich hab mich angeschickt. Ein Traitor kann es kaputt machen. Das ist aber eklig. Das ist ja eine Weihnachtsmap, ne? Das ist voll die Diepe long. Wird dann aber aufgedeckt. Wir könnten halt auch mal wieder ein Weihnachtssied singen, wenn wir jetzt schon hier so dabei sind. Bei den Weihnachtsschimmungen hier in der Map. So, ähm. Baloui hätte noch Dete befehlen. Gibt es hier irgendein Objekt, an dem man Schaden machen kann, wo es eine Schadensanzeige gibt? Ähm. Balui ist kein Dete. Ach, ne. Weihnachtsschimmungen. Auf Balui schießen ist aber auch nicht. Alter, das ist okay. Ich bereue mich. Ich hab Baloui erschossen. Ich steh dazu. Das war ein schöner, cleaner Headshot. Alter. Er hat gesungen. Reicht das nicht? Ich wasche meine Foten in den Rücken. Ey, wir müssen Item schwächt sein. Nein, wir müssen mir nicht in den Fuß schießen. Nein, wir müssen mir nicht in den Fuß schießen. Wir werfen eine Disco auf Item. Pain wurde geschnallt, Pain wurde geschnallt. Nein, Item ist hier bei mir. Pain wurde geschnallt. Oh, Alter, hier ist einer weggefasst. Aber Pain wurde doch geschnallt. Von Item C. Nein, ich hab Baloui geschnallt. Ich glaub, Item hat schon zwei Leute gekillt. Ich hab nur einen getötet. Drei. Pass auf, es ist ein Sniper irgendwo. Ah, da geht ja nicht einer hoch. Ich hab nur Schott gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich höher komm. Aber das ist bei der Ecke, Item. Also nicht auf meiner Ebene. Oder? Was für ein rundes Ding? Moment, aber den hat ja Item gekillt. Ja, nein, ich wollte ihn nur trotzdem identifizieren. Hätte ja sein können. Ich werf wieder eine Disco auf Items. Da liegen Granaten. Machen wir gar nicht mehr. Was werf ich? Item, du tust mir doch nix, oder? Was ist da vorne? Resistance muss ich time für Fallschaden, oder? Aber ich weiß doch gar nicht. Wer hat sich darüber ge-eatet? Ge-eat? Ge-eat es? Wie. Wie? Was wird das? Mit dem Scope? Und dem Finger am Abdruck. Mööööööööööööööööööööööööööööööööb abdruck hat dann abdruck auf der waffe gehabt aber sein finger dran ich habe immer noch meine gute schoddy jetzt bin ich auf der ich werde besnipert seite der map wer sammelt hier leid moment das ist ein bisschen krimineller hier die wurden nicht gesnipet weil die liegen hinter einem bilderrahmen das hier wird wahrscheinlich keiner weg ist ich bin ja ich wollte gerade sagen das war die wecke robert ich sehe es gerade was nie jetzt machen da war ist jetzt ein tod gestürzt nein ich bin hunter ich kann fertig ich weiß es nicht oder wir sind alle böse alle die du siehst moment aber warum seid ihr vier böse weiß ich auch nicht aber es war nicht warum sind wir vier bürger 12 leute sind jetzt maxi da lohnt ganz viele warst du infektet ja okay ich werde jetzt umschießen ich war sogar traitor ich war sogar traitor ist war legitim nicht zu tun das war total verwirrend für mich eine blöde ausrede wird weil ich nicht als dete gesehen hat eine kurze zeit lang habe ich nicht nicht verdächtigt an einer mann die fake türen hier also ist hier was drin ist immer einer in die mittleren häuser geht das ja aber die tür kommt wieder ist kaputt angeschossen die tür kommt wieder das ist so ein ding das macht räume auf lohnt es sich überhaupt nach unten zu gehen oder kommt man da gar nicht hin wenn du da wenn du dahin ich verstehe auch automatisch an fallschaden das war jemand anders da hat ich irgendwie angeschossen ich habe die sicherheit geschoben du bist ein schatz vielleicht weil ein trainer kollege ich glaube du bist du in der kundrahe ich glaube du bist du in der kundrahe ich glaube du hast du Wer war's, Kapuze? Ey, Kundrun hat den Engel. Was heißt das? Geh nicht zu mir, völlig anders hin. Weiter nach vorne. Ich will, nein, ich will hinter dir stehen. Aber warte mal, dann kannst du mich einfach umhören. Ich war gerade erst Traitor, ich kann es nicht sein. Pass hier links auf, okay? Kannst du gucken, mit was er erwischt wurde. Wenn ich den Call gebe, dann muss jemand killen. Schau doch du da an. Wie wär's Dalu? Ich hab das Gefühl, ich werd hier gleich Bandale... Gar nicht. Pain steht hinter dir. Kundrun wird immer noch von dem Engel verfolgen. Ja, da war eben ne... Gippi schießt auf mich. Schießt auf Gippi-Items. Die hab ich ausgelöst und bin zum Glück vorbeigekommen. Das find ich nicht nett hier mit Scho. Nein, Gippi hat sich gekillt, ich bin Mirror. Ja, die hat mich gerade erschossen. Ja, die hat mich gerade erschossen. Verlui ist ein Zombie gewesen, Vorsicht. Geilo. Ich bin blink, hab ich geklaut. Jetzt, warum bin ich jetzt hier geslaut? Das find ich nicht. Verlui ist ein Zombie. Wer hat gerade Items verdächtigt? Aber wir haben einen Zombie-Maker sind vorsichtig. Ey, Gippi, das war... Ey, Gippi hat sich selbst einen guten Header gegeben, muss man sagen, war clean, war ein Schuss. Ja, schießen kann er. Ja, das hat er echt gut gemacht. What? Äh, what? Äh, was? Äh, was? Ja, der Vorsicht. Wir haben einen Zombie-Maker. Kaput, du bist du ein Teil von uns? Ey, ne, das ist nicht. Was ist denn hier? Das ist meine, weg da, weg. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Entschuldigung. Pain, vorsichtig. Wenn ich euch als Inno konflikt habe. Nur als Inno. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ich hab' einen Zombie gemacht. Warum hat er so ein Zombie gemacht hat? Ja, aber wenn ich Zombie-Maker wäre, würde ich nicht hier im Rauschen, sondern versuchen zu machen. Wie viele sind's denn noch? Wie viele sind's denn noch? Wie viele sind's denn noch? Ich würde eine Leiche forsen. Also, da muss ich ja immer safe Inno. Also, da muss ich ja immer safe Inno. Also, da muss ich ja immer safe Inno. Ähm, wenn ihr hier unter dem Tisch durchgeht, Nils, da hinten an der Wand, neben dem Wend liegt ein Leichen. Komm, Nils, Fußball. Nils, dreh dich nicht um. Nils, komm da auch gleich wieder vorbei. Nils, komm da auch gleich wieder vorbei. Gutes, Wenger. Gutes, Wenger. Gutes, Wenger. Gutes, Wenger. Gutes, Wenger. Gutes. Komm ich hier wieder runter? Könnte runter gefallen sein. Also, Dalu und Kunろう sind die ... Die kommen wieder runter, Dalu. Bei ihr kommt bei den Wenger runter, Dalu. Ich brenne hier die ganze Zeit von dem Ange weg. Nee! Nee! Gib jetzt! Ich hab' keine sowas. Aber an mir ... Ja, aber Dalu hätt' nicht geschossen wäre, Dalu ... Weil d'Akunde war schon kleiner Ange ist deswegen ... Das ist ja so, das ist wahrscheinlich soo ... John Kuntahl ist down. Ich seh dich, aber du mich nicht mehr. Ich könnte dir den Header geben, wenn ich will. Hallo! Wo ist denn der Maxi? Ja, ich bin der Blink und ich bin der Böse. Was passiert da unten? Wo ist denn der Maxi? Ja, die sind ja schon tot. Beide? Ja, ja. So, jetzt... Ah, Pain. Creepy. Jetzt kann ich mal gestorben. Oh fuck! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zombies down. Sehr gut, sehr gut. Nee, da kommt jetzt noch ein dritter, ey. So ein Engel. Habt er sich drauf. Warte mal. Karten liebst du noch? Hallo. Who's next? Ist Karten auch tot? Maxi, komm hierher hoch Kapuze, da vorsichtig. Wer kommt hoch? Maxi, komm hierher hoch. Was? Maxi, du schweiz! Warum Maxi? Ich komm nicht hinterher. Ist es Maxi? Aber was hast du denn für die Waffel? Au, au, au. Ich darf nicht hochkommen. Maxi ist im Schacht, Juli. Ja, dann kannst du bitte hochkommen, Maxi. Ich kann hier nicht weg. Hast du da oben? Ich hab hier... Ich hab ein Engel. Hallo. Die Engel sind doch nett. Ich schau mich nicht weg zu gucken, oh Gott. Du musst einfach ganz lang weg gucken. Mist, wo dahin? Wir müssen Maxi... finden. Bist du da drüben beim Pferd gerade? Ich bin beim Pferd, Maxi ist nicht beim Pferd. Maxi ist der Böse. Doch, ich bin beim Pferd. Was? Marco, pass auf. Unter mir ist er oder was? Hier unten irgendwo. Oh, jetzt hat er mich auf. Wo ist er, Maru? Wo ist er? Weiß es nicht. Ich finde ihn nicht. Down below you. Oh Gott, Engel. Kommt mich hoch. Was hast du denn für eine Cheater-Sache? Okay, Maru gekillt. Heißt du. Haltst du nicht? Jetzt wählt ihr die ganze Zeit? Ja, klar. Das ist doch frech. Da bist du, du Schei! Aua! Oh Gott, ich hab kein Money mehr. Engel, gehen wir nicht auf die Hürden. Ich brauche sie runter. So. Jetzt wärts. Richtig. Weil ich jetzt an Fallschaden zerbe. Scheiße! Was ist das denn? Wo läufst denn du? Ich seh dich nicht. Ja, das ist der Trick der Sache. Schade. Schade. Oh. Schade. Oh, schade. Oh, schade. isk? Bis dann einsiert! Puh. ёлMag. de